Final Fantasy 13 2. Die Geschichte so weit. Ist das... ist das du? Ich lasse dich nicht! Es ist zu lang. So. Gestern ist uns das Spiel ja ein bisschen abgerauscht. Deswegen gucken wir mal jetzt. Ja, zumindest geht es hier weiter. Dann schauen wir mal, ey. Auf geht's. Party Time. Die wollen das Spiel durch haben. Ich glaube, ich werde krank. 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 Ich glaube, wir haben uns noch nie gesehen. Wie viele Jahre? Es ist alles 390 Jahre. Ich glaube, ihr habt ihr besucht, hm? Ich glaube, ich werde krank. Ich bin dann nicht. Ich bin dann nicht. Vergangenheit den Auftrag bekommen, die Karte hier auszutekennen und ich gehe davon aus, dass es jetzt endlich möglich ist. Wieso gehe ich davon aus? Das ist wahrscheinlich das am liebsten zu sehen. Was ist das für diese? Das heißt, wir werden uns jetzt darum kümmern oder darum bemühen, die Karte aufzudecken. Wir gehen also hier hin, da lang, gehen wir mal hier hoch, machen da ein bisschen Quatsch und hier noch etwas, da haben wir noch ein paar Sachen, die dunkel sind. Also eigentlich alles, was dunkel ist, müssen wir hier aufdecken. Das ist jetzt mehr oder weniger erstmal die Aufgabe. Dann machen wir das mal eben. Achso, aber gar nichts. Gestern ist das Spiel mir abgestürzt hier. Was ich sehr, sehr komisch fand. Was ist das hier eigentlich? Danke, dass wir das Akademie-Datatat anzielen können. Die folgenden Datenfile sind disponibel. Die fliegende Festung ist zur Zeit verlassen und wird von mehreren Forschungsteams untersucht. Die wissenschaftlichen Interessen sind hauptsächlich für das Mechanismus und blablabla. Ah, jetzt können wir ein Blick drauf, okay. Das ist der 13. Akademie. Hast du nie gehört, Noel? Nein, es wurde niemals in den historien, so nicht in der Zukunft gekommen sind. Ich bin nicht in der Zukunft gekommen, aber wir sind vielleicht näher zu einem wirklichen Zeitlinie. Ich hoffe, so. Aber ich frage mich, warum wir es nicht sehen, wenn wir hier waren, bevor. Vielleicht die Proto-False war es schüttet von uns. Aber warum? Und hier wird es dann dahin weitergehen, aber wir wollen ja hier erstmal ein bisschen was aufdecken. Da laufen wir jetzt ein bisschen hier rum. So, da gibt es eine Ecke, so glaube ich, noch was. Oder? Nein, das muss man anders hin. Okay. Hey, schau da! Guck mal hier! Fall! Öffne! Shoppen! Wo sind Sie denn? Haha, Sie sind aus der Stadt, oder was? Ach. All the boys want to do is play war games. Why can't they just grow up already? They're so immature. Tch. Das hatte ich letztens schon auch gehört, dafür brauchte ich ein Uhrpistall, welches ich hatte. Gold-Zarrad. Die Dinger sind bei mir noch sehr suspekt. Ich kann sie noch nicht zuordnen, was sie genau bedeuten. Und was sie machen. Das hier kann man nichts machen. Okay, hier ist nichts drin. Aber was das hier macht, das weiß ich noch nicht. Also, kann mittlerweile drum herum laufen, es bewegt sich. Tadada! Ich habe nur noch keinen Plan, was es mir bringen wird. Hier ist das Rätsel-Terminal. Wenn du einen findest, kannst du es mit dir holen. Hm. Welche Prozent haben wir jetzt? 68. Jetzt müssen wir mal in den Kopf der Karte gucken. Wir müssen noch mal da runter, dieser Fleck ist noch sehr schwarz. Natürlich dann den ganzen Bereich da oben fast. Was? Eigentlich können wir ja... Müsste das doch... hier so was gehen. Das muss jetzt eigentlich gewesen sein. An der Stelle. Das muss jetzt eigentlich gewesen sein. Mal gucken. Ja, die Ecke hätten wir jetzt glaube ich komplett aufgedeckt. Dann können wir jetzt zurück gehen. Das ist auf die kleinen Ecke da. Scheint aber ein Geschäft zu sein. Das ist genau. Ja, alles ist einfach gut. Ich bin das hier. Das ist hier so... Hier, auf der Leid, hol die Kupfer! Wir machen sicher, dass alle unsere Inhalte ein bisschen organisch sind! Hier ist die Seite. Kindchen, lauf! Weg dich! Hier! Okay, dann hört man die auf. Hast du noch was gebracht? 71% haben wir aufgedeckt. Meine Nase juckt. Das ist gar nicht lustig. Na, kann man wirklich. Jetzt kommen wir hier runter. Hier ist nix. Hier an der Seite, gucken. Auch nix. Komm mal was. Okay. Da hätte ich als Entwickler gerne was versteckt gehabt. Aber, na gut. Ich bin ja nicht der Entwickler dieses Spiels. Ich habe dafür eine super Möglichkeit gegeben. Aber vielleicht war es auch wieder zu offensichtlich. Wer weiß das schon. Was ist das? Und wie komme ich da hin? Was ist das? Die Frage ist, glaube ich, berechtigt. Wie komme ich da hin? Oh, wo? Oh, wo? Okay. Oh, wo? Wow! Schau, etwas! Sie ist bereit. So, irgendwie oben nochmal schauen. Ja, ich glaube ich werde wirklich krank. So. Ich höre, du kannst die Preise gewinnen. So, ich habe einfach alles aufgedeckt. So, ich habe einfach mal alles aufgedeckt. So, mal gucken. Da eine Sache übersehen. Okay, hier nicht. Schreibt doch da oben dann. Doch so rum. Ah, sie ist ja doch mal. Einmal um den Block rennen. Was ist das? Ich will das Auto weg. So, wir müssen aber hier alles, wenn wir wenig aufgedeckt haben. Was? Was? Someone told me that class had been cancelled today. Was?